ein hallo und willkommen an der roten ampel rechts von uns ist ein radschutzstreifen und radfahrer und rote ampeln man kennt ja alles klar aber in diesem sinne viel spaß geht los und ich würde sagen spätestens jetzt sind alle wach und aufmerksam darum wechseln wir die stadt der vor dem roten toyota will rechts abbiegen möchte aber da die straße schmal ist wohl den bus erst raus lassen und der peugeot fahrer zeigt jetzt erstmal das war ein mittelfänger man lieben damen und herren man kann den ärger ja verstehen aber karma folgt und sagt was er wollt links von ihm hätte locker noch ein ganzes auto daneben gepasst dann trotzdem gegen den stein hier zu fahren hast du das ist echt eine leistung wobei man sich ja bei vielen szenen fragt wie das geht baustelle in der stadt und hier sind jetzt auch richtungspfeiler auf der fahrbahn und einfach mal spontan zum geisterfahrer geworden hier sind wir jetzt mit frank in einer einbahnstraße wobei ich mir hier auch mit blick auf die parkenden autos schon die frage stelle entweder das schild wurde nagelneu aufgestellt oder das ist einfach jedem zweiten autofahrer völlig egal aber während das in dieser szene her nicht gefährlich ist wechseln wir mal auf die autobahn wir stehen in einer vollsperre und die rettungsgasse scheint auch zu funktionieren und dann gibt es solche leute die nächste abfahrt sagt der einzelner liegt hier 2,6 kilometer zurück dieser hält fährt jetzt 2,6 kilometer durch die rettungsgasse zur abfahrt zurück weil das nicht für nötig hält wie alle anderen einfach zu warten lasst doch hier jetzt mal nachrückende einsatzkräfte kommen abschlepper oder was auch immer man hat wirklich sofort den absoluten supergau also ich bringt ja so schnell nichts aus der ruhe bei diesen videos auf dem kanal aber hier kann man nicht so viel fressen wie man kotzen möchte wenn der hier erwischt wird bekommt der wenn am ende glück hat nur drei monate fahrverbot bin ja zwar kein fan davon pauschal hohe fahrverbote zu verhängen weil jeder mal fehler machen kann weil das hier das ist ja kein fehler das ist einfach nur pure absicht aus egoistischen gründen manchmal wünsche ich mir wir werden ein bisschen rigorosa wie einige unserer nachbarländer autobeschlagnahmen zwangsversteigern führerschein sperre da würden sich solche profis hier das wahrscheinlich mindestens dreimal überlegen und wahrscheinlich nicht so machen so um jetzt wieder runter zu kommen wechseln wir mal auf die landstraße der einsender wundert sich jetzt was der vw hier so blöd anhält zwei minuten später gibt es die antwort und warum das ganze der einzelne hatte ganz am anfang schlichtweg das sackgassen schild übersehen ja gut wer ohne fehler es werft den ersten stein rausziehen ohne richtig gucken zu können gehört bekanntlich nicht zu den besten ideen aber so ganz manchmal da fragt man sich ja schon ob unsere einsender irgendwie im tarnkappen modus unterwegs sind dieses video hier habe ich bestimmt viermal angeguckt bis ich gemerkt habe was daran komisch ist aber seht selbst zunächst mal natürlich hat der fort hier geträumt und wäre wohl auch schuld gewesen der vw ist im letzten moment sogar noch ein stück vor gefahren um den unfall zu verhindern nur was hier irgendwie absurd ist die ampel ist grün der vw bremst aber schon bevor die ampel überhaupt gelb wird hier sind wir wieder zurück auf der autobahn die beiden linken spuren sind hier auf 2,2 meter breite begrenzt da vorne zieht jetzt aber trotzdem wohnmobil raus aber der wird doch bestimmt nicht durchziehen naja offensichtlich doch an der nächsten ampel da vorne ist rechtsabbiegen verboten aber hey wenn man einfach als geisterfahrer durch den gegenverkehr abbiegt dann ist es bestimmt erlaubt da stehen ja schließlich keine schilder oh mann bei schlechter sicht zu überholen ist ja immer wieder was schönes glaubt ihr nicht naja irgendwann kommt dann halt doch mal der gegenverkehr alles klar die radfahrer haben nicht geguckt alle beide nicht das will mein kopf einfach nicht rein der einsender sagt zwar die verkehrsführung sei hier nicht ideal aber ich finde es eigentlich eindeutig vorfahrt achten heißt halt vorfahrt achten aber komm einer geht noch und hier ist es fast das gleiche der radfahrer zieht ohne zu gucken vom radweg auf die straße manchmal ist es echt so ein fremdschämen was der jetzt hier noch gestikuliert weil viel gefehlt hat hier mal definitiv nicht überraschung der bus da vorne rechts möchte gleich die spur wechseln er blinkt auch recht frühzeitig aber muss trotzdem auch mal ganz klar sagen blinken zeigt halt nur die spur wechsel absicht wenn dann jemand nicht bremst um einen rüber zu lassen rechtfertigt das nicht dass der den autofahrer einfach mal völlig stumpf abdrängt manche fahraktionen sind echt zum ja und wir sprechen ja immer so viel über klimaschutz solche ampel schaltung müssten echt verboten werden ohne den verkehr anständig zu beachten einfach auf die straße zu ziehen also irgendwie habe ich gerade ein deja vu aber nun ja ab in die schweiz die ampel wird rot und gruppenzwang seine kollegen hier schlagen auch nur die hände überm kopf zusammen 0,2 sekunden rot waren das das macht bei den schweizern 250 franken das sind beim aktuellen wechselkurs ziemlich genau 250 euro da vorne steht ein container lkw und der golf der dahinter steht macht irgendwie keine anstalten dran vorbeizufahren aber so wie der steht kann der unmöglich sehen ob was von vorne kommt aber hey wo unser einsender kam da geht es dann plötzlich doch sieht so knapp aus berührt haben sie sich aber tatsächlich nicht und was hier los war unser einsender ist an der ampel dann gleich ausgestiegen hat nachgefragt der fahrer sagt er sei eingeschlafen und da war echt richtig viel glück dass da nicht im falschen moment gegenverkehr kam sondern die komplette fahrspur und auch der fußweg frei von autos und fußgängern waren sekundenschlaf ist einfach ein enorm unterschätztes risiko im straßenverkehr wer unsere sonderfolge zu dem thema noch nicht kennt der kann sich die gerne auf der rechten seite noch mal ansehen da haben wir eine ganze folge lang nur das thema sekundenschlaf behandelt auf der linken seite habt ihr noch eine normale dashcam folge zur auswahl in dem sinne ich danke euch heute fürs zusehen bis zum nächsten mal macht's gut und ciao k Vielen Dank.